Hey, auf geht's zum Partikel-Blog, den ich angekündigt hatte. Es gibt diesmal drei Partikeln, also drei Joshi, die ich vorstellen möchte. Die haben allesamt gemeinsam, dass man sie an die Rentaike anschließt. Ansonsten gibt es aber keine Gemeinsamkeiten, sie werden alle unterschiedlich übersetzt, sind auch ansonsten vollkommen unterschiedlich, aber der Anschluss an die Rentaike ist identisch. Im ersten Teil geht es um die Partikel Uga, steht hier, wie gesagt, wird an die Rentaike angeschlossen, deswegen steht hier Keru, die Rentaike von Keri, und das ist angeschlossen an die Renyoke von Ari, also sie hier wo befinden. Der Satz insgesamt stammt aus dem Hekemonogatari, das heißt eine Kriegererzählung, und eine der Hauptfiguren ist Kiso, einer der Kriegsherren dort, und der bekommt eine Nachricht und reagiert dann entsprechend darauf. Es ist so, bei subordinierenden Partikeln, wir haben halt den Teil davor und den Teil danach und einer davon ist Hauptsatz und einer ist Nebensatz. In diesem Fall ist es halt so, dass das, was davor steht, quasi der Hauptsatz ist, und das, was dahinter steht, quasi der Nebensatz, und also das ist das, was ist, und dahinter ist das, was aber ist. Gehen wir erstmal in den Teil dahinter, koreo kikite, da haben wir die Partikel T, hier am Ende des ersten Teils, die ist koordinierend, also kikite, hören und, und dann hassemuko, das ist ein bisschen komplexer, das ist eine Zusammensetzung aus zwei Verben mit der Renyoke. Renyoke hatte ja unter anderem die Funktion, Verbverbindungen zu bilden. Muko heißt irgendwo drauf zu gehen oder auf ein gewisses Ziel zu steuern und hasse galoppieren, also auf Pferden irgendwo hin eiern, man kann ja dann hassemuko mit irgendwo hin galoppieren übersetzen. Und hier haben wir eine relativ große Zahl, Goman 50.000, Amari mehr als 50.000 und ki ist eigentlich ein Zähleinheitswort für berittene Krieger, also so für Reiter oder Ritter, wenn man das so sagen möchte. D, Instrumentalpartikeln, also womit wodurch und hier halt womit mit mehr als 50.000 Reitern. Gut, kommen wir zum Teil davor, das habe ich ja schon analysiert. Ga an die Renyoke von Keri, an die Renyoke von Ari und davor gibt es eigentlich nichts spektakuläres. Wenn man sich irgendwo befindet, dann ist die Frage, wo man sich befindet. Joshi-ni markiert den Ort des Befindens, nämlich den Regierungssitz von Etigo. Das war eine Provinz damals. Und wer oder was befindet sich da das Satzthema? Also, wa, das Joshi zur Markierung des Satzthemas, was anbetrifft Kiso. Also, was Kiso anbetraf, so befand er sich zwar im Regierungssitz der Provinz Etigo, aber, und dann Klammer auf, als, Klammer zu, er dies hörte, oder aber er hörte dies, und eilte mit mehr als 50.000 Mann dorthin. Er hat eine Nachricht von einem Angriff bekommen, oder von einem Auftauchen eines Gegners, und als er diese Nachricht bekommen hat, befand er sich zwar in Etigo, aber, als er das hörte, aber er hörte das, und dann eilte er dorthin. Das wäre die Übersetzung des Satzes aus dem siebten Kapitel des Hekemonogatari. Und damit hätte ich dann das Joshi-ga zur Einleitung oder Bildung eines adversativen Nebensatzes vorgestellt. Es gibt auch nur einen Beispielsatz zu ga, weil das die einzige Funktion ist, die ga hat, und es ist ja auch relativ einfach und offensichtlich, wie es funktioniert. Und dann gehe ich gleich zum nächsten über.